So, ich weiß auch nicht, was so in mich gefahren ist, aber wir haben es 9 Uhr, Mittwoch, ist in 2 Stunden Unterricht ausgefallen und deswegen spiele ich Ghouls and Ghosts, äh, ein bisschen leiser machen und so, los geht's, ja, die Ruhe in Person ist wieder zurück, oh Gott, was sind das für scheiß Gegner, das war ziemlich arschknapp, arschknapp. Was? Ah, was ist hier, was geht hier, was geht hier vor sich, was geht hier vor sich, hallo? Ich versuche mich, diesen Part nicht zu sehr aufzuregen, ja, das Spiel macht so einen Spaß, haass, oh Gott, die Musik, ey. Die Hüte ist die Hüte. Okay, der ist schon mal weg. So, rauf hier. Okay, behalten wir uns hier. Oh Gott. Oh, das ist die Hölle. Und, wir sind drauf. Komm. Ah, ja. Oh Gott, Baby, Baby in der Hölle, lass es in Ruhe, es ist doch noch ein Baby. Ah, gut. So, der wäre weg. Oh Gott, der Axt-Dämon ist da. So, damit wäre er auch weg. Und, weiter geht's hier, mit diesem lustigen Level. Oh Gott. Alter, was geht ab in diesem kranken Level. Ich habe gerade mal eine Minute, nein, nicht mal eine Minute aufgenommen und, alter, heftige Hölle, Mann. Oh, Musik, ey. Also, aber, ähm, ähm, ja. Bald werde ich Geburtstag haben, es dauert noch ein bisschen, aber, wenn es dann soweit ist, werde ich mir auch einen neuen Computer holen. Weil, ich habe wirklich einen, wirklich einen alten, sehr alten Kasten hier. Und dann werde ich auch, ähm, besser aufnehmen und, liebler Blocks und auch andere Spiele nehmen und, ups. Ja, ach, weiß auch nicht. Komm, das Level ist nicht so schwer. Naja. Ah, ja, weiter geht's. Niemand kann uns schaden, wir sind Arthur, der tolle Recke. Und wechseln sie. Oh Gott, ich wusste es, ey, Mann. Okay. Wow. Wow. Ich muss gleich zur Schule, oh Gott. Schule. Ah, wieso nicht von der Schule sowas auf? Ach, keine Ahnung, macht Spaß. Oh Gott. Ich glaube, wir werden hier öfter sterben. Oh, dagegen werde ich etwas zu unternehmen wissen. Los geht's hier. Wir stellen Arthur auf den Super Rush Modus. Jump, oh Gott. So, weg hier. Und drauf sind wir. Wasch, 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 wasch. Und weiter geht's. Dukk, 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 dukk. Alter Ficken. Diese Sprünge sind des Todes. Ah, ah, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf. Oh, geschafft. Erstmal den da weg, oben. So, der ist weg. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Ah, kein Magier. Da ist immer ein Magier drin. So, weg hier. Oh, da ist schon wieder ein Neuer da. Hurra. So, weiter geht's jetzt. Was zum Teufel, ey? Och, man. Dieses Level macht meinen Hörnern kaputt. Gehörner! Memo an mich. Sprünge besser, Time. Mehr Zeit lassen für Sprünge. Okay. So. Wenn wir die Sprünge schaffen, schaffen wir auch das Spiel. Sagt er einst, ein schlauer, alter, chinesischer Mann. Oh, cool, wie blöd ist. Oh, Gott sei Dank. Mein Gott, ey, dieses Level, ey. Oh. Dieses Level ist dieses, das man in den Chemieunterricht gleich schicken wird. Ey, wenn wir uns drücken, können die uns ja gar nichts tun. Gar nichts tun. Oh, die Sense. Gott sei Dank. Endlich mal ne gute Waffe gefunden. Hust. Oh, Gott. Es ist kein Traum. Oh, Gott. Ja, jetzt hab ich die Sense zwar eingesammelt, aber... Jetzt hab ich zwar die Sense eingesammelt, aber dafür die Rüstung. Mann. Mann, ich musste das tun. Die Waffe finden wir schon wieder. Hoffe ich zumindest. Komm. Oh, Leck. Dafür sind die... Gehne mit zwei Schlägen jetzt hier tot. Das soll doch mal was bedeuten hier. Ach, Ficken. Und das war's auch schon mit dem grünen Traum. Oh, Gott. Alter. Oh. Ach, du Scheiße. Oh, lass mich hier vorbei. Okay. Bitte. Oh, Gott. Ich brauch die. Egal, welche Waffe drin ist. Die müsste bester sein. Oh, Scheiß. Magier, Priester, Hurensohn. So, kommt ihr mal in den Safe State? Äh, ich mein Continue. Oh, Gott. Oh, Level. Mach mich nicht krank, ey. Ficke, was soll ich dagegen denn machen? Alter. Wollt mich nicht aufregen, dieses Let's Play. Oh, Mann. Was soll denn das Scheiß, Mann? Warum ist denn dieses Rumgehure hier, ey? Alter. Ah. Spieleentwickler, ey. Ah. Oh, meine Fresse, ey. Das Level dauert einfach viel zu lange. Ja, cool. Guck mal, jetzt haben wir das Spiel zum Glitch gebracht. What the fuck? Hä? Jetzt dreht das Spiel aber ganz durch, oder was, hier? Ah. Mann. Lass mich doch nicht mit durchdrehen hier, wenn du schon durchdrehst. Oh. Alter. Alter. Was soll diese Einengung? Ich hab Platzangst. Arthur braucht Blut. Ah. Ah. Abstand das schlimmste Level überhaupt bis jetzt, ey. Ah, komm hier. Schnell weiter. Und rauf. Gleich kriegen wir eine neue Waffe. Juhu, juhu, juhu. Sensor weg, Sensor weg. Sensor ist die schlechteste Waffe im Spiel. Einlegen wir uns darauf. Selbst die Achse ist besser. Ich glaub wirklich, die Achse ist besser. Oh, durch. wenigstens die zweitbeste Waffe hier. So, gut. Weiter, komm. Vielleicht schaffen wir es noch einmal ganz weit. Du, 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 du. Scheiße, was geht hier ab? Komm, der ist weg. Und los, weiter geht's. Wenn ich mich nicht irre, haben wir eine Super-Truhe vergessen. Ja, genau. Mit der Rüstung. Die holen wir schnell und dann machen wir den Partys zu Ende. Zurück hier. Oh, ich Hurenbock. Ey. Oh, ist das zu fassen. Oh, jetzt verrecke ich hier wahrscheinlich auch noch, ey. Oh, verpisst euch. Axtmänner. Oh, was wollte ich zurückgehen, ey. Ich war doch so glücklich mit meiner Rüstung. Oh, Alter. Oh, ich bin so ein Idiot, ey. Oh, ich vermisse mir das ganze Spiel hier. Komm. Oh, ich muss hier Schluss machen. Oh, viel zu lange aufgenommen. Oh, Mann, ich bin so ein Idiot. Okay, es geht jetzt nicht mehr weiter. Tschüss.